Hallo Leute, hier ist wieder PhysioNAS Berlin. Ja, heute, wie ihr seht, ist es schon ein bisschen dunkler. Es ist schon ziemlich später am Abend, aber trotzdem kann ich ein Video drehen, was ich sonst nicht machen kann um die Zeit, weil ich meistens nach der Arbeit zum Sport gehe oder um die Zeit noch arbeite. Und darum geht es in meiner Thematik heute. Ich habe diese Woche Nachtschicht und ich will hier auflisten die Vorteile, die man damit hat, und möchte auch testen, ob das irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen auf mich hat. Weil nach der letzten Nachtschicht war der Piosumwert auf 6 abgerutscht. Und diesmal, und ich war mir natürlich nicht bewusst, ob es daran lag, dass ich irgendwelche Fertigprodukte gegessen habe oder ob es an der Nachtschicht lag. Deshalb werde ich diesmal das so machen, dass ich meine Ernährung so auslege, dass es eigentlich keine Konsequenzen auf den Piosumwert haben sollte. Die Vorteile der Nachtschicht sind einfach, dass man vor der Arbeit Dinge erledigen kann und einfach noch nicht so ausgepowert und fertig ist. Manchmal, wenn ich so von der Arbeit zum Fitness gehe oder so, bin ich einfach so fertig und müde, dass die Energie da nicht vorhanden ist, um richtig mein Fitnessprogramm durchzuziehen. Natürlich liegt der Nachteil daran, dass man halt trotzdem eine begrenzte Zeit hat. Und die ist natürlich nach oben hin etwas begrenzter, als wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Und da hast du natürlich viel mehr Zeit, weil du musst dir keine Sorgen machen, dass du zu spät zur Arbeit kommen könntest. Was ich noch feststelle ist bei der Nachtschicht, dass mein Schlaf einfach tiefer und fester ist. Das kann aber auch daran liegen, dass ich vor dem Schlafen nichts esse, mehrere Stunden schon nichts gegessen habe. Das hatte ich schon an Attila Hildmanns 19 Uhr Regel festgestellt gehabt. Wenn ich nichts gegessen habe, hatte ich einfach einen tieferen, festeren Schlaf. Das war natürlich der Vorteil dieser 19 Uhr Regel. Aber die Sache ist die, dass ich ansonsten, wenn ich abends nichts mehr esse, meistens ein Hungergefühl habe. Und das habe ich bei der Nachtschicht nicht. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, so ab 3 Uhr kann ich einfach nichts mehr essen. Und ich lege mich auch sofort hin und normalerweise, wenn ich in der normalen Schicht vom Sport komme, habe ich einfach noch Hunger und ich schaue mir auch Videos an, YouTube-Videos, und lege mich nicht sofort hin. Darüber werde ich nachdenken, ob ich das vielleicht doch dahingehend ändere, mich sofort hinlege und vielleicht früher aufstehe und dann YouTube-Videos sehe. Aber das lasse ich noch offen. Ich muss erstmal schauen, wie sich das alles auswirkt. Ja, also die Sache ist auch die, dass ich halt am Anfang, jetzt am Samstag, hatte ich einen Biosum-Wert von 9. Und am Montag, wenn alles vorbei ist, werde ich nochmal messen und schauen, welchen Biosum-Wert ich da habe. Ob sich das irgendwie nachteilig ausgelöst hat. Ich empfinde jetzt nicht irgendwie, dass das alles etwas eigenartiger ist, wenn ich die Nacht durcharbeite. Von 4 bis 6 ist die Arbeit selbst sehr anstrengend. Da brauche ich schon ein bisschen Überwindung, weiterzuarbeiten. Aber so tagsüber, wenn ich danach aufgestanden bin, sehe ich da jetzt nicht so Unterschiede. Zum Gegenteil, ich fühle mich ausgeschlafener als in der Frühschicht. Was noch hinzu kommt, ist, dass ich mich halt fitter fühle. Und die Arbeit in der Nachtschicht nicht wirklich so als Arbeitsstress empfinde. Vielleicht, weil es einfach ruhiger ist. Das kann sein, weil ich Licht einsetzen kann, weil das Licht man schon auf der Arbeit blendet. Und da hier man im Tageslicht arbeitet, das strengt meine Augen noch mehr an, als wenn ich jetzt mit Licht arbeite und für mich alleine arbeiten kann. Das sind die Vorteile. Der einzige Nachteil ist, dass ich montags nicht zum Hip-Hop gehen kann, weil das zeitlich so liegt, dass ich da vielleicht nur eine halbe Stunde teilnehmen könnte. Und das lohnt sich nicht. Also das ist der einzige Nachteil in der Nachtschicht. Aber so vielleicht einmal im Monat eingesetzt wäre es okay. Und daher empfinde ich die Nachtschicht nicht als belastend. Ernährungstechnisch mache ich jetzt die Nachtschicht diese Woche so, dass ich wieder aufstehe, ein Glas Wasser trinke, also ein Glas, sage ich, eine Flasche Wasser trinke, wie immer vorher. Dann mir ein Smoothie, ein Grün-Smoothie mit Bananen, Spinat, Ingwer, eine Birne und ein paar Trauben und, ja, was mache ich da noch rein? Und Mango zusammensetze und das trinke. Dann werde ich zum Sport gehen, falls jetzt Sport ist. Also jetzt die nächsten Tage werde ich ja immer zum Sport gehen. Wenn ich zurückkomme, trinke ich dann den Attila Hilfmann Wingo Juice Juice. Der setzt sich zusammen auch aus Ingwer, Apfel, Möhren und Orange. Und ich hoffe, dass ich damit sozusagen den Biosum Wert gut halten kann. Natürlich kommen dabei beiden nochmal Acerola und Aceri Pulver rein. Das habt ihr ja in dem Video schon mal gesehen. Dann gibt es halt noch einen Snack Haferflocken Porridge mit Banane. Den kalten Müsli, den ich mir sonst mache, werde ich jetzt in der Winterzeit weglassen. Also so, dass auch die Gucci-Beeren erstmal wegfallen, weil mir einfach zu kalt ist und ich da was Warmes brauche. Dann nehme ich mir halt zur Arbeit noch was Gekochtes mit, was ich vorbereitet hatte am Samstag. Und ja, das wäre es so an Essen, vielleicht ein bisschen Obst noch dabei. Ja, ähm... Ja, und was ich generell zur Nachtschicht sagen kann, man hat viel mehr Zeit einfach. Mir kommt es so vor, als wenn es Samstag wäre, aber ich halt den Samstagschlaf ein bisschen weiter ausweite. Sonst würde ich Samstag vielleicht 10 oder 11 Uhr spätestens aufstehen. Und hier so stehe ich so circa halb zwei auf. Also... Sind es ungefähr drei Stunden mehr. Also man verliert nicht so viel Zeit. Man hat ein Wochenend-Feeling. Also Nachtschichten finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das war's damit. Und ich werde euch auf den Laufenden halten, wie es mit dem Sieben Wiesung wird aussichert. Tschüss!